Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine Übungshilfe für das Zusammenspiel von unserem ersten Basstrommelrhythmus mit unserem ersten Karchonrhythmus. Der erste Karchonrhythmus, das war unsere Schokolade. Schokolade, 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 Schokolade. Und unser erster Basstrommelrhythmus, wie war denn der nochmal? Wow, das war schon gut. Super. Danke. Darf ich schnell was erklären? Darf ich schnell was erklären? Also, man spielt den Basstrommelrhythmus mit dem Karchonrhythmus so zusammen, dass immer beim Bass auf der Karchon, beim Show von Schokolade, Schokolade. Immer beim Show passiert hier was. Und zwar als erstes Schokolade hier und dann beim nächsten Schokolade hier. Also spiele ich Schokolade, 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 Schokolade. Also so fällt es zusammen. Schokolade, 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 Schokolade. Also, was wir gerade zusammengebracht haben, war diesen Cajon-Rhythmus mit dem Spitznamen Schokolade zusammen zu spielen mit dem Bass-Trommel-Rhythmus Nr. 1. Und den Bass-Trommel-Rhythmus spielst du Schokolade, Schokolade, Schokolade.